Los, hoch da! Hier vorne können Sie sich auch noch welche hinstellen. Ihr seid schon längst drauf. Du machst in der Mitte einen Blub, ja? Was? Was machen wir jetzt? Wenn du einen richtigen Blub machst, dann kommen wir hoch. Du musst das hier können. Eins, zwei und drei! Also wenn wir wieder aufgekommen sind, nach links, nach rechts... Aber da kann doch einer sagen! Wenn du das nicht kannst, das wäre eine Grundbedingung, dass du überhaupt mit darfst. Dann machst du so. Nichts weiter! Ho, 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 ho! Tippi, du hast keine Luft für einen Blub, wenn du die Luft rauslässt, ne? Jusper, du hast keine Luft für einen Blub. Oh, mein Gott! Hei, Hei! Ja genau, die Wäsche war über hier. Ja genau, die Wäsche war über hier. Ja genau, die Wäsche war über hier. Ja genau, die Wäsche war über hier.